wie heißen diese holz plattform auf jeden fall kippel 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 holz rampe da ist sie so jetzt habe ich noch 15 punkte okay ich sehe es nicht schräg ist holzdach schießpulver lederhose lederhemd kompost behälter so lederhose lederhemd kann ich mir endlich mal neue klamotten anschaffen dafür brauche ich was wollen dafür überhaupt rüstung leder leder und fasern okay das ist das wenigste problem so so ein bisschen metall habe ich jetzt was brauche ich denn jetzt wenn ich es mit dem metallbahn habe ich stein leder und holz stein leder holz so bei dem ich möchte mir endlich besseres werkzeug machen so das habe ich waffen nahkampf dafür brauche ich jetzt noch holz und leder 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 als erstes mal die picke dass ich an metall überhaupt rankomme und dann brauche ich noch die axt so okay so dann schauen wir mal halt schaust mal was anders schaust mal was anders okay dann brauche ich jetzt als nächstes waffen munition die auf die die man es die 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 Was brauche ich denn eigentlich für den Sattel? Holz und Fasern Weg So, gehen wir mal ein wenig auf die Pölsch So, gehen wir mal auf die Pölsch Ich bin ja mal gespannt. Komm schon. Na hallo. Kannst du mal müde werden? Welches Level hat der? 54 oder so. Ja du musst in den Kopf schießen, nicht in den Arsch. Aber ich hab mein, beim Dreieck ist es so, dass der Kopf äh, wenig äh... Überall auf den Kopf schießen. Ich hab gleich keine Pfeile mehr. Kannst du mal nachgucken? Wie viel Teilungspfeile das man braucht? Äh, okay, der ist 126, nicht 54. Einiges für den. Ja. Die haben ja 50 Pfeile gemacht. Oder 40, die sind jetzt fast weg. Ich hab jetzt noch vier. Ich kann grad nicht nachgucken, das ist blöd. Ja, ich mach ja schon. Ich hab jetzt noch einen. Alter, mit dem letzten Pfeile ist er umgefallen. Ja, 50 brauchst du. So, äh, was brauch ich denn um dieses komische, äh... Wie heißt das, äh, Mittel da, was du gesagt hast? Apple Dicer. Da brauchst du 40 blaue, 40 weiße und Bären und ähm, Kohle. 40 und 40, ja. Schau mal, da oben ist ein Rundtuch. Hallo? Wenn's zu Runde fällst, ist mein Haus tot. Bleib oben. So, also wir haben gesagt, ich brauch Holzkohle. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Weiße und blaue. Appetizer. Ich kann grad mal acht Stück herstellen. Boah. Jetzt sind mir die weißen ausgegangen. Dauert ungefähr zweieinhalb Stunden. Mach mich nicht schwach. Äh, 140 Narkotik und... Welches, welches hat er? 126. 73 Meio Burries braucht er grad mal. Naja, ich hab die... Weißt schon, ich bin auf der anderen. Da muss ich mal wieder suchen, welche das ist. Ähm... So, weg, weg, weg. Und rüber. Ja, schön, dass es mir heiß ist. Vor allem, wie ich den Track dann versteck, dass mir den nicht irgendwie einer frisst. Kannst du mal den Vogel da, der wo da schon wieder um dich rum eiert, äh, mal hauen. So, ähm... Äh... Verbrauchen. Irgendwie, äh... Rechtsklick für weite Korruption. Irgendwie verstehe ich das grad nicht. Was? Wie das funktioniert. Ähm... Rechts... Äh... Rechtsklick und Konsum. Ja, ja. Aber wie der, äh, äh, wie der Appetizer funktioniert, das meine ich. Aber bis jetzt hatten wir ja immer andere drin. Den ich ein bisschen OP fand, beziehungsweise zu billig. Wenn ich mal irgendwann rausfinde, wie, äh, ich Rezepte anpassen kann. Ah, okay. Ne, die Benommenheit nimmt ab. Oh, okay. 41% habe ich schon. Cool. Vor allem, wenn ich den habe, dann habe ich schon mal, dann komme ich ja schon mal an die, an die, in die Nähe von die Bären. Also, 1.008... 2.125 Benommenheit hat der. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Sag ich doch nur, Holla die Waldfee. Naja, dass ich uns schon zähm, ist mir schon klar. Du zähmst dann ab dem Zeitpunkt, wo du die Bären reinschmeißt. Ja, okay, aber die sind nicht so überpowered wie die anderen. Das ist in Ordnung. Hallo. 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 Hallo.